hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren video ja ich bin heute wieder im angelpark in der lüneburger heide und ich habe wieder die flexo 4500 mit ja der gewinner vom letzten mal wollte die nicht haben deswegen hauen wir die wieder auf den kopf was ihr machen müsst das erfahrt ihr am ende vom video und ja heute ich würde sagen wir schleppen wieder ordentlich pose pose glas pose blei gleich noch ein paar würfel mit gummi und dann wollen wir mal schauen was so geht und los geht's so wollen wir loslegen also ich werde jetzt mit pose und blei anfangen es wird sehr wenig bewegung auf dem wasser deswegen glaube ich dass die fische tief stehen aber gucken wie immer jetzt erstmal ein bisschen ran tasten wasser schichten so ein bisschen durchfischen vielleicht wechsle ich noch mal auf pose glas aber jetzt so aktuell aber wie gesagt wenig bewegung auf dem wasser deswegen glaube ich dass die fische eher so ein bisschen tief stehen da wollen wir schauen was der tag so bringt so leute eben kurz geschnackt und währenddessen ist jemand auf stand auf passt im fisch eingestiegen dann haben wir auch schon den ersten ja richtig cool ging ja ruckzuck hier noch gar nicht so viel geangelt aber das coole ist glaube ich dass wir jetzt auf stand gefangen haben können wir uns gleich mal die tiefe angucken der wir dann gleich schleppen und das auch richtig schöner hier guck mal das ist ein schönes kaliber hier da ist eine lachsforelle safe jetzt zeige ich euch gleich richtig schöner fisch so leute fisch nummer eins ist eingetütet richtig schöne lachsforelle ja geht gut los mal schauen wie es weitergeht so leute schau mal hier lassen hast du einen dran sagt doch was junge schaut mal hier weil das ist jetzt einer auf ul eingestiegen so gut junge richtig gut lassen ich habe jemals den ersten fisch verhaftet so und dass die fische stehen ultra flach deswegen habe ich gleich noch mal die tiefe angepasst werde jetzt auch richtig schön flach schleppen nur so 10 15 zentimeter ungefähr unter der oberfläche also ich sehe so ich passe also wenn ich jetzt ein bisschen bekommen dann nageln die die gleich weg ich werde jetzt noch ein bisschen tiefer gehen ich bin zu flach zu tief also es ist jetzt der ist gerade in die pose geschwommen da ist der bist ja die nimmt ziemlich vorsichtig aber die nimmt noch zack und da haben wir die nächsten leute ich gehe mal hier kurz rüber ich komme einfach durch richtig lustig richtig lustig hier ja das ding ist dadurch dass er so viel frischwasser zuläufe hat haben die so viel sauerstoff hier drin ja die haben wir gleich so jetzt aus rein junge danke dir muss zur insel ballern junger so leute ich wechsle jetzt noch mal die route nämlich auf pose glas der fisch oder ein fisch hat bevor ich den bis bekomme gerade die pasche die pose attackiert deswegen glaube ich dass die ultra flach stehen mit dem glas kann ich noch mal ein bisschen flacher schleppen so teigdreher ist ready let's go so und dann beutzeln wir direkt mal wieder zur insel rüber so vor uns auch fisch hochgekommen ziehen wir gleich mal die bahn hier lang jetzt geil man kommt sofort das hast du geschleppt was mega geil jetzt das sind auch auf tremarella mit gelber passe ja eben hast du ein paar würfel mit ua gemacht und da hast du relativ schnell jetzt auf paste gewechselt und kam ruckzuck der biss auch pose glas schön flach geschleppt hast rein junge mega cool ja 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 das war auch wieder ein richtig schöner fisch alter geil gelbe paste geschleppt sologlas mal wieder eine wunderschöne forelle aus der bügelburger heile petri danke ich wechsle jetzt noch mal wieder auf blei ich habe irgendwie so die vermutung dass die fische runter gegangen sind ihr seht ja ich wechsle die ganze zeit hin und her ich bin mir nicht so richtig sicher wo die fische nun wirklich stehen aber jetzt werde ich auf jeden fall wieder eine etage tiefer schleppen ja leute ihr seht es mega schwer heute an fisch zu kommen und ich bin auch die ganze zeit hin und her gerissen ich weiß nicht so richtig in welcher tiefe die fische stehen ich ich sitze auch die ganze zeit zwischen glas und bei hin und her und ja deswegen dachte ich mir ich nehme jetzt mal die zeit und erkläre euch so den unterschied zwischen glas und blei das blei an sich hat eine höhere dichte deswegen sinkt das schneller ab als das glas und das glas hat wie gesagt eine geringere dichte deswegen setzt das er sinkt das ein bisschen langsamer ab und man kann entsprechend flacher schleppen das glas ist richtig gut für die sommer angelei wenn die fische sehr flach unter der oberfläche stehen und das blei eben wenn die fische tiefstehen an manchen tagen im sommer ist natürlich auch so dass die fische sehr tief stehen und wenn man dann so langsam über grund kratzt ist das blei auch richtig richtig gut ja ich habe jetzt hier noch mal zwei ruten vorbereitet die vorfachlänge ist identisch und wir werden das jetzt einmal kurz durchs wasser ziehen und dann seht ihr mal den unterschied von der tiefe bei gleich vorfachlänge wie sich dann das bei dem blei und dem glas auswirkt so hier könnt ihr das jetzt richtig schön erkennen oben ist das glas und das blei ja das ist schon locker ein unterschied von 15 bis 20 cm und das sind genau die entscheidenden für den sommer das blei ist einfach zu tief und so könnt ihr richtig schön flach schleppen mit dem glas ja ich glaube ihr konntet richtig schön sehen was das ausmacht ob man mit blei oder mit glas schleppt und ja ich kann euch nur empfehlen habt beide sachen auf dem schirm vielleicht auch beide in der tasche dass ihr dann zu den jahreszeiten entsprechend flexibel reagieren könnt ja jetzt ist bei uns mittagspause angesagt wir holen uns noch eine bratwurst ab und dann wollen wir mal zusehen dass wir noch den ein oder anderen fisch verachten drückt uns auf jeden fall die daumen starteln je bis zum 15 subtle hier x 8 5 5 j Oh, Biss, hab ich die verkackt? Oh nein. Ist noch, Junge. Ja, Mann, pff, richtiger Kampf, Leute. Aber nochmal ein richtig schöner Biss hier. Sieht doch gut aus, oder? Jawoll. Hast du eben den Kescho? Ah, den haben wir hier. Ja, Leute, das ist ein richtig schwieriger Tag, aber schön, dass das jetzt nochmal geklappt hat mit dem Fisch. Megacool, ey, geil. Dankeschön. Dann haben wir den Fisch und schaut mal hier, richtig krass. Der hat einmal den Libra von meiner Standroute genommen und dann noch aktiv die geschleppte Paste. Richtig krass. Also der hatte richtig cool auf jeden Fall. Ja, Leute, unfassbar, oder? Einmal auf die Standroute und dann nochmal beim Schleppen. Also richtig krass, die hatte richtig Bock. Und ja, ich hoffe, dass wir noch so eine Forelle finden, die so richtig Bock hat. Das ist ja ein schwieriger Tag heute, aber ich denke mal, einen kriegen wir noch rausgezoppelt. So, wenn der Pop mir jetzt noch einmal untertaucht, Junge, das wär's. Welche Farbe hast du drauf? Du hast ein Biss, Junge. Geil, Mensch. Geil, Mensch. Ach, ich hol mir erst rein. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Einfach so, bam. Ich habe nur gesehen, wie deine punktevolle Kanone abgetaucht ist. Und noch ein schöner, Junge, geil, Mann. Vorrangschweiß. Vorrangschweiß. Vorrangschweiß? Aber die hast du bei mir weggeklaut, ne? Habe ich genau gesehen. So, Leute, ich habe mich mit der UL bewaffnet. Hier hinten in der Ecke stehen ein paar Fische. Die werde ich mal ein bisschen anwerfen. Mal gucken, ob wir hier vielleicht einen rausgezoppelt kriegen. Ich habe jetzt hier zwei Bienenbahnen drauf. Die werde ich dann so ein bisschen twitschen. Hier vorne steht auch einer. Krass. Was sagst du? Ja. 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 Die Goldie da könnte in der Ranch liegen. Ja, knapp. Ich habe auf jeden Fall schon mal gezuckt. Da hinten mal gucken. Jo, Leute, das war es vom Angelpark in der Lüneburger Heide heute. Ihr habt ja gesehen, war nicht ganz leicht. Also mit Pose geschleppt. Ich war mir auch am Anfang gar nicht sicher, in welcher Tiefe stehen die Fische jetzt. Ich habe viel probiert. Und ja, letztendlich sind es drei Fische geworden. Man muss sagen, von der Größe her auch richtig schöne Lachsorellen. Da freue ich mich drüber. Und ja. Kommen wir nun zum Gewinnspiel. Letztes Mal habe ich ja eine Flexo 4.500 Verlost. Der Gewinner hat sich leider nicht gemeldet. Deswegen hauen wir die nochmal raus. Diesmal ganz simpel. Schreibt einfach Hashtag Trautfischer Germany in die Kommentare. Und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr ein kostenloses Abo da gelassen habt. Und dann würde ich sagen, viel Erfolg. Ja, und wie immer an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.